Hast du etwas getan, was sonst keiner tut? Hast du hohe Schuhe oder gar einen Hut? Oder hast du etwa ein so kurzes Kleid getragen, ohne vorher deinen Nachbarn um Erlaubnis zu tragen? Jetzt wirst du natürlich mit Verachtung gestraft, bist eine Schande für die ganze Nachbarschaft. Du weißt doch nicht einmal genau, wie sie heißen, während sie sich über dich schon ihre Mäuler zerreißen. Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu, die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun. Lass die Leute reden, bei Tag und auch bei Nacht. Lass die Leute reden, das haben die immer schon gemacht. Du hast doch sicherlich ne Bank überfallen, wie könntest du sonst deine Miete bezahlen? Und du darfst nie mehr in die Vereinigten Staaten, denn du bist die Geliebte von Osama Bin Laden. Rasierst du täglich deine Damenbart? Oder hast du im Garten ein paar Leichen verscharrt? Die Nachbarn haben da sowas angedeutet, also wundere dich nicht, wenn bald die Gripo bei dir läutet. Lass die Leute reden und hör einfach nicht hin. Die meisten Leute haben ja gar nichts Böses im Sinn. Es ist ihr eintöniges Leben, was sie quält. Und der Tag wird interessanter, wenn man Märchen erzählt. Und wahrscheinlich ist ihnen das nicht mal peinlich. Es fehlt ihnen jede Einsicht. Und wieder mal zeigt sich, sie sind kleinlich, unvermeidlich festefeindlich. Hast du gehört und sag mal, wusstest du schon, nämlich, du verdienst dein Geld mit Prostitution. Du sollst ja meistens vor dem Busbahnhof stehen. Der Kollege eines Schwagers hat dich neulich gesehen. Lass die Leute reden und lächle einfach mild. Die meisten Leute haben ihre Bildung aus ihr Bild. Und die besteht nun mal, wer wisse das nicht. Aus Angst, Hass, Tippen, auf dem Wetterbericht. Lass die Leute reden, denn wie das immer ist. Solange die Leute reden, machen sie nichts Schlimmeres. Und ein wenig Heuchelei kannst du dir durchaus leisten. Bleib höflich und sag nichts. Das ärgert sie am meisten.